Damit die Erde weiterhin für alle lebenswert ist, müssen wir uns nachhaltig verhalten. Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir verantwortungsbewusst mit den endlichen Ressourcen umgehen, sodass die Möglichkeiten in der Zukunft nicht eingeschränkt werden. Führst du an deiner Schule bereits Nachhaltigkeitsprojekte durch oder plant ihr es? Dann bewirb dich jetzt mit deiner Klasse für den Nachhaltigkeitspreis Braunschweiger Schulen Mach mal nachhaltig! Die Stadt Braunschweig unterstützt alle Braunschweiger Schulen in städtischer Trägerschaft bei der Durchführung von Nachhaltigkeitsprojekten. Diese sollen nach den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen die drei Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales betrachten. Zu bestimmten Schwerpunktthemen könnt ihr eure Beiträge einreichen und mit eurer Klasse oder Schule Preise sowie einen Sonderpreis gewinnen. Schaut für weitere Informationen auf unserer Homepage www.braunschweig.de slash Nachhaltigkeitspreis vorbei. Dort findet ihr auch die aktuellen Themen. Lasst uns unsere Zukunft gemeinsam nachhaltiger gestalten. Die Stadt Braunschweig freut sich auf eure Beiträge.